muss ja ja da oben drauf drücken jetzt hier mal rechts schwenken in show in air drücken dann hier auf dem boden ein bisschen bewegen da ist schon dein skulptur kannst du jetzt rohder marken ja so und es ist gut hi today we are in maastricht and i would like to introduce you to my augmented reality sculpture exhibition letter ar here on location on the her denken spline you are able to use your smartphone device and are invited to scan such a QR code to experience my sculpture exhibition we beginneteen it is actually in place van 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 in 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 zichtbare Und jetzt filmen wir auf dem Boden, um besser zu bewegen. Okay, du kannst es auch größer machen. Du kannst es um es herumlaufen. Es funktioniert. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020